Oh, na, na, wie sieht's aus? Habt ihr meine Nase gefunden? Tja, ähm, hm, weißt du, das ist so. Wir haben überall gesucht, aber... Aber wir haben nur ein paar Sachen gefunden, die deiner alten Nase ähnlich sehen. Hier. Wirklich, das, ähm, das ist sehr lieb von euch, aber... Komm schon, Knolle, probier's doch wenigstens mal. Das schön, meine Tween, aber ihr dürft erst dann gucken, wenn ich es euch sage. Tadaa! Oh, das find ich gemein, von euch zu lachen. Lecker. Und wie wär's mit der hier? Nein, die ist viel zu groß. Und mit der? Die ist zu klein. Und wie sieht die hier aus? Äh, gar nicht mal schlecht. Ja, aber ist sie auch furchterregend? Hm, hm, nein. Tja, jetzt ist nur noch eine einzige übrig. Wie sieht die aus? Die passt einfach nicht zu dir, Knolle. Oh, ich gebe es auf. Tja, ja. Äh. Tja, ja. 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 Knolle, Knolle, ist alles in Ordnung? Ja, aber irgendwas. Oh, Knolle, da ist ja deine Nase. Sie ist wieder da. Hurra. Aber wo kommt die plötzlich her? Die muss im Maulwurfsnest gewesen sein. Ja, sie ist mir bestimmt bei meinem Karate-Training abgefallen. Karate? Ja, bei deinem nächsten Training solltest du besser aufpassen. Ich hatte doch bloß Angst, dass die Vögel mich nicht mehr furchterregend finden. Oh, Knolle, du bist die furchterregendste Vogelscheuche, die ich kenne. Ja? Ja. Kann er furchterregen? Jo, das kann er. Knolle macht sich wieder an die Arbeit. Was ist mit Buggy und Rumpel? Oh, richtig. Ähm, nach einem geglückten, fliegenden Start hat sich Buggy jetzt an die Spitze gesetzt. Wow, ist das aufregend, findet ihr nicht auch? Komm, Kuschel, spring rauf, dann kannst du besser sehen. Ich glaube, ich habe noch nie ein Rennen gesehen, oder doch? Kann Buggy es gewinnen? Klar kann er das! Klar kann er das! Buh, 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 buh! Ja! He, 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 he! Oh, nein! Oh, nein! Was ist denn, Bob? Buggy hat angehalten. Aber wartet mal, er ist wieder im Rennen. Und Rumpel hat jetzt die Führung übernommen. Na, wird er heiß, Rumpel? Buh, buh, bahu, he, 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 hee, he, 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 he! Nein! Bucky liegt vorn! Entscheide dich, wer vorn liegt! Ich bin schon ganz durcheinander. Komm schon, bitte schalt auf grün! Und jetzt liegt Rumpel wieder in Führung. Wirklich erstaunlich. Aber du hast doch gesagt, Bucky würde gewinnen. Na los doch, Bucky, du kannst es schaffen. Ja gut, schon, mach schon! Verschneller, Bucky! Du kannst doch gewinnen! Sonnerwetterfeder! Bucky ist gerade vorbeigeflogen. Und, äh, und, äh, und, äh, und, äh, äh, Feder? Oh, 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 oh! Ah, ah, ah! Yes, ah, ah, ah! He, 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 he! Oh! Äh, 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 he, 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 he! Da kommen Sie! Will, hol mich runter, Heppo. Du schaffst es, Bucky, es ist nicht mehr weit! Wow! Bucky! So, da bin ich, Bob. Mit den Rohren, die du haben wolltest. Sehr gut, Buddel. Lad sie da drüben ab. Den Tunnel haben wir bald fertig. Hallo, hier ist Bobs Baugeschäft. Oh, hallo, Bob. Oh, das ist gut. In Ordnung, ja. Gut, ich lasse sie gleich zurückbringen. Ich weiß auch schon, wer das machen könnte. Also dann, meine Süßen. Es wird Zeit, nach Haus zu gehen. Heppo, das wäre doch eine Aufgabe für dich. Eine Aufgabe für mich? Oh, äh, wenn du es sagst, Da kommen sie! Ich hoffe, den Igeln wird gefallen, was wir für sie gemacht haben. Tada! Das ist Bobs erste Igelunterführung. Gut, los geht's, meine Freunde. Und viel Glück! Wie süß dich! Viel Glück! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! War schön, euch kennenzulernen. Wiedersehen! Passt gut auf euch auf! Toll, so werden die Igel immer sicher über die Straße kommen. Nein, unterdurch! Also gut, meine Lieben. Jetzt wird's Zeit für den Feierabend. Ja! Wieder! Was machst du denn hier? Da stimmt was nicht. Irgendwas ist schiefgegangen. Springe auf, Bob! Wir müssen los! Moment mal, Buggy. Wieso denn das? Weiß ich auch nicht. Was holen wir einfach vor? Na? Wow, Feder, das war wirklich sehr schlau von dir. Oh, Buggy. Bob. Es hat einen Unfall gegeben. Ein Baum ist in den Teich gefallen. Heppo hat versucht, ihn anzuheben, aber er war zu schwer. Oh, Bob, du musst sie unbedingt retten. Sind schon unterwegs, Fertigteam? Können wir sie retten? Jo, wir schaffen das! Wir schaffen das! Oh, was? Ah. Buggy? Oh, oh. Das Kekzip. Das hätten wir. Jetzt ruht euch alle erstmal schön aus. Morgen haben wir eine Menge Arbeit vor uns. Das war vielleicht ein Tag. Setz dich an den Kamin und leg die Füße hoch, Bob. Das mache ich, Wendy. Gute Nacht. Gute Nacht, Bob. Gute Nacht, ihr alle. Wir sehen uns morgen. Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gleichfalls. Sieh sich das eine an.